Einen herzlich schönen Samstagabend wünsche ich Ihnen. Das Wichtigste zuerst war schön gewesen heute. Dieser wärmste Tag des Jahres. Sonnenbeschien, bis der Sahara-Staub dann einsetzte. Zu dem Punkt kommen wir später noch. Erstmal aber zu dem, was jetzt gerade vielerorts abläuft. Oder besser fackelt. Die Osterfeuer nämlich. Eigentlich ja dazu angefacht, den Winter zu vertreiben. Viktor Marquardt ist in Gatow, bei einem der größten der Stadt. Dort wurde schon um 17.30 Uhr angefeuert. Da kamen aber bei schlappen 22 Grad wahrscheinlich nicht so was wie Lagerfeuerstimmung auf, oder? Osterfeuer, das gab es auch noch nicht so oft. Und dann ist da noch ein Osterbrauch, der gar nicht besser in die Zeit passen könnte. Die friedensbewegten Ostermärsche machten sich heute wieder auf den Weg. Und während sich das halbe Land um die Frage streitet, welche Waffen an die Ukraine geliefert werden sollen, um sie für den Kampf gegen den Angreifer Russland nachzurüsten, sind die, die heute demonstrieren, sich auch nicht so ganz einig. Führt ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine wirklich zum Frieden? Heute Nacht ist es wieder soweit. Ein schwerer Fall von Zeitdiebstahl. Ganze 60 Minuten werden uns genommen, ersatzlos gestrichen. Und wer morgen früh raus muss, für den wird sich das noch früher anfühlen, als es eigentlich müsste. Wo wir es gerade von müssen haben, muss das alles eigentlich sein. Sollte diese vermaledeite Zeitumstellerei von Winter auf Sommerzeit nicht längst abgeschafft sein? Diese und die andere wichtige Frage zur Stunde klären wir jetzt. Und in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC heute den 1. FC Nürnberg zu Gast. 20.30 Uhr wird da angefiffen. Sie ist mittlerweile eine echte Institution, die Suppenküche am Helene-Weigel-Platz in Marzahn. Die langen Schlangen, die sich da eine warme Mahlzeit und ein Lebensmittelpaket beim Deutschen Roten Kreuz abholen, zeigen, dass diese Nothilfe dringend und von immer mehr Menschen gebraucht wird. Uli Zeller hat sich das mal aus der Nähe angesehen. Der Mann ist Theatergeschichte auf zwei Beinen. Angefangen als Meisterschüler bei Bert Brecht hat Achim Freyer wirklich alles Mögliche auf die Bühne und auf der Bühne dann alles möglich gemacht. Als Kostüm- und Bühnenbildner, als Regisseur. Und heute gab es auf einer eben solchen, der der Staatsoper. Ach, und ein berühmter Maler und sinniger Kunstsammler ist Achim Freyer übrigens auch noch. Dazu noch einer von der großzügigen Sorte. Denn er hat dieser seiner Lebensstadt einen ganz besonderen Ort geschenkt. Weil sein Wohnhaus in Lichterfelde über und über mit Kunst bestückt ist und er sich nicht mehr allein dran freuen wollte, machte er jeden Sonntag ein Museum draus. Und da passt es dann mal das Danke als Haus. Wenn Sie heute aufmerksam in die Kirschblütenpracht geschaut haben, und ganz ehrlich, wer tut das nicht mal ganz gerne, dann haben Sie sie wahrscheinlich schon entdeckt. Die ersten Bienen sind unterwegs. Vielleicht sind Ihnen da auch einige Mitarbeiterinnen der riesenhaften Honiggenossenschaft begegnet, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Fernsehturm kann ja jeder, oder? Der hier ist was für echte Auskenner. Der Schrotkugelturm ragt fast 40 Meter in die Rummelsburger Höhen und hat sich direkt vor unsere Osterserie über Berlin qualifiziert. Er ist schön, sieht ein bisschen nach Italien aus, finde ich. Er ist ganz schön alt, runtergucken kann man auch noch und nebenbei ein Stück Stadtgeschichte mitnehmen. Oder wussten Sie, dass Schrotkugeln im freien Fall produziert wurden? Jetzt wage ich mich dem Ende der Sendung zu nähern. Wir reden aber noch kurz über das Wetter. Es wurde uns ja schönstes Osterwetter versprochen, aber es war zwar warm, nur die Sonne kam am Nachmittag nicht mehr so richtig durch und das lag am Sahara-Staub. Der kommenden Tage und Stunden, also die Nacht klar und trocken, wechselhaft bewölkt. Morgen dann ein warmer Tag mit bis zu 21 Grad. Können Sie sich noch ein bisschen Sahara-Staub in der Luft halten und dann wird es richtig herbstlich, regnerisch, stürmisch und bis zum Mittwoch auch insgesamt etwas kühler. Also genießen Sie den morgigen Sonntag und gucken Sie abends wieder bei uns vorbei. Wir freuen uns. Tschüss.